Kommen wir mal, Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe der Detektiv Conan Grundlegendes Wissen 33. In diesem Format probiere ich euch kurze, prägnante Inhalte, die oft vergessen werden, nochmal ganz kurz darzustellen, in Erinnerung zu rufen, dass ihr den Zusammenhang besser erkennt. Heute geht es um Anoukata und um Rum, ja, die zwei, ich sag mal, Spitzen der schwarzen Organisation, wahrscheinlich die größten Feinde von Conan Edogawa, ja, Organisationsgründer Anoukata und natürlich hierarchisch die Nummer 2 Rum. Und beide Personen wurden erst vor kurzer Zeit gelüftet, trotzdem haben die ihren ersten Auftritt schon ganz, ganz lange im Anime davor gehabt, beziehungsweise auch im Manga, wir konzentrieren uns hier auf dem Anime. Fangen wir direkt mal an mit Episode 237, der junge Meisterdieb Teil 3, das Ganze ist ein Vierteiler, hier gab es nämlich eine wunderbare Zusammenkunft von Detektiven und natürlich auch von Kaito Kid. Und hier wurde eine Geschichte über einen grausamen, reichen Japaner erzählt, nämlich Renya Karasuma. Spoiler, 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 wie sich dann herausgestellt hat, ist Renya Karasuma in Wirklichkeit Anoukata die Nummer 1 der schwarzen Organisation. Jetzt gehen wir zu der Nummer 2, nämlich Rum. Rum wurde erst letztens gelüftet, ja, ich sag mal im Dezember, im Kapitel 1066. Bei Rum gab es eh eine sehr, sehr wunderbare Geschichte und hier kann man auch sagen, obwohl er erst im Dezember gelüftet wurde, hat er seinen ersten Auftritt im Manga bereits in Episode 502 gehabt, nämlich Zusammenstoß von Rot und Schwarz Unschuld. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Hier sehen wir einen alten Mann, ja, es gab ein FBI-Treffen, Shuichi war damals noch als Nock tätig und es sollte eine Art Hinterhalt werden. Und dann kam ein alter Mann rein. Kamel dachte, dass der alte Mann sich verlaufen hat, hat ihn quasi gewarnt, dass es hier ein Einsatz ist. Der alte Mann ist weggegangen und ja, der alte Mann war kein alter Mann. Der alte Mann war nämlich die Nummer 2 der Organisation Rum, hat den Hinterhalt gerochen und so wurde dieses Treffen auch abgesagt. Das ist es auf jeden Fall ziemlich nice, dass solch wichtige Protagonisten irgendwie versteckt in Detective Conan immer gelebt haben. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, checkt die anderen Videos, Link zur Playlist ist im Video verlinkt, auch unten in der Beschreibung. Wenn euch sowas gefällt, lasst ein Like, da lasst ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Euer Kero Akay.